Eilnachricht direkt am Mittwochmorgen. Die sogenannte Bezahlkarte für Fachkräfte soll jetzt deutschlandweit eingeführt werden, nachdem sie in ein paar Landkreisen Deutschlands bereits eingeführt wurde und großen Erfolg hatte, insofern, dass die Fachkräfte weitergezogen sind. Jede vierte Fachkraft beispielsweise in einem Landkreis ist wieder abgereist und in den nächsten Landkreis, wo man Bargeld bekommen hat. Wir gucken uns die Situation genau an. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo da lassen. Läuft das gerade nämlich hier auf den verschiedenen Seiten durch die Newsticker und da heißt es, die Bezahlkarte für Fachkräfte soll bundesweit eingeführt werden. Und wir müssen da zuerst nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir uns angucken auf die bundesweite Einführung. Gibt es nämlich ein paar Artikel, die in den letzten Tagen und Wochen über die Systematik erschienen sind. Ich hatte ja bereits darüber berichtet. Wir wollen keine Karte, wir wollen Bargeld. Das war das Zitat von einer solchen Fachkraft, der das Ganze nämlich nicht gefallen hat, wie man hier lesen konnte. Und die sind nämlich dann abgereist. Wenn man aber Abreisen mit Nachhausereisen assoziiert, ist das nicht ganz richtig. Die sind nämlich einfach in den nächsten Landkreis gereist, wie gerade eben auch schon im Einleitungsvideo geschildert. So, und das Ganze ging hier zurück auf den 26. Januar. Und speziell auf die Landrätin Martina Schweinsburg von der CDU. Die hat nämlich seit Anfang Dezember im Kreis Greiz in Thüringen bereits 200 Bezahlkarten an die Fachkräfte ausgeteilt. Bis Monatsende sollen alle 740 eine haben, wie es hier heißt. Und dann sagt sie nämlich dazu, innerhalb von zwei Tagen war mit dem Anbieter alles geklärt. Nach zwei Wochen waren die Karten erstellt. Sie sagt, eine Ausschreibung durch die Länder oder ein Bund dauere viel zu lange. Die Stimmung im Land ist sehr aufgeheizt. Bei uns sind durch die Anmietung von Fachkräften keine Sozialwohnungen frei. Da ist es nicht gut, wenn diese mit mehreren 100-Euro-Scheinen im Portemonnaie herumlaufen. Also schon zwischen den Zeilen zu lesen auch sehr, sehr starke Vorwürfe, die hier erhoben werden. Aber zurück auf die, oder weitergehend zu der Chefin für Fachkräftebetreuung, Dagmar Pöhler. Die sagte nämlich zur Bild-Zeitung, Zitat, Die meisten akzeptieren die Umstellung und sind froh, dass sie überhaupt etwas bekommen. Aber bereits im Dezember haben 15 Fachkräfte gesagt, wir wollen keine Karte, wir wollen Bargeld. Und sind kurz darauf abgereist. Und sie hat dann weiter noch erklärt, woran das liegt. Die Bezahlkarte wird die Spreu vom Weizen trennen. Wer wirklich auf der Flucht ist, dem ist die Auszahlungsweise egal. Sie kaufen Kleidung oder Lebensmittel. Aber manche holen sich davon auch überteuerte Handys, vor allem Jüngere und Alleinreisende. Und das ist doch genau das, was eine Partei in Deutschland seit mehreren Jahren gesagt hat, anmoniert hat. Was sie immer wieder kritisiert haben und was sie auch als Lösung vorgeschlagen haben. Nämlich eben keine Bargeldauszahlung, sondern Sachleistung. Dass jetzt wiederum die CDU hier schon auf Landesebene, also im Landkreis hingegangen ist und den Erfolg für sich einheimst. Ja, den Blumenstrauß bekommt dann wieder die CDU. Oder wie soll es ablaufen? Wenn wir dann auf die aktuelle Nachricht eingehen, dass die Bezahlkarte jetzt hier bundesweit eingeführt werden soll, ist das schon ein interessantes Unterfangen, was hier gerade abläuft. Denn gerade vor ein paar Tagen noch, habe ich noch diesen Artikel hier gelesen. Da ist er genau. Zack. Das ist nämlich hier Berlin. Die Hauptstadtregion macht mit der Bezahlkarte hier. Aber Berlin will weiterhin als Bargeld auszahlen und so weiter. Potsdam lässt das noch offen. Die Bezahlkarte sollte nämlich Anfang 2025 erst kommen. Erst in einem Jahr. Und die Rede ist aber auch von Sommer. So, und offensichtlich wird es nämlich jetzt in den nächsten Monaten, sprich dieses Jahr, voraussichtlich kommen, wenn das Ganze so umgesetzt wird. Wir haben Wahlen. Wir haben drei wichtige Wahlen in diesem Jahr. Was meint ihr, warum das im Landkreis in Thüringen gerade aktuell abläuft? Das ist doch nur rein logisch. Wir haben Wahlen in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg in diesem Jahr anstehen. Und denen geht offensichtlich die Düse. Bei den aktuellen Umfragewerten der Alternative ist es ja nur klar, dass sie jetzt irgendwo versuchen, die Reißleine zu ziehen. Und wenn wir uns das Ganze angucken, heißt es hier, für den Sommer wird die Vergabe einer Bezahlkarte für die Auszahlung staatlicher Leistungen angestrebt. Ein Grund, so sollen Überweisungen in Herkunftsländer unterbunden werden. Für die Einführung gehen zwei Bundesländer eigene wenige. Das sind Bayern und Meckbom. Und das sehen wir ja hier auch noch in einem Deutschlandfunkartikel vom 30., also ganz aktuell, überweisen Rekordsumme aus der EU in Heimatländer. Und hier geht es im Jahr 2022 um 43,5 Milliarden Euro, die in die sogenannten Heimatländer überwiesen wurden. Das ist mehr als je zuvor. Also so schlecht kann es den Betroffenen doch im Endeffekt gar nicht gehen, oder? Aber gut, gehen wir weiter zum Ausgangsartikel zurück. Die Bezahlkarte für die Auszahlung staatlicher Leistungen für die Fachkräfte Wucht nach Angaben Hessens Ministerpräsident Boris Rhein bundesweit eingeführt. Das teilte Rhein als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch in Wiesbaden mit. Bayern und Meckbom gehen demnach beim Vergabeverfahren für die Einführung der Karte andere Wege. Die 14 anderen Bundesländer hätten sich auf ein gemeinsames Verfahren geeinigt, wie es hier ist. Ja, ein Schembe jetzt Böses dabei denkt, dass das in Bayern vielleicht ein bisschen besser ablaufen wird. Wer weiß, wer weiß. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Aber es ist schon interessant, denn das Ganze ist gestartet, weil das Bundeskanzleramt hat die Notwendigkeit der aktuellen Situation gar nicht so gesehen. Wie man nämlich jetzt auch aus verschiedenen internen Kreisen da bei der Ministerpräsidentenkonferenz gelesen hat. Und das hat die Minister wirklich sehr, sehr stark erschüttert, weil die sind ja schlussendlich diejenigen, die das mit den Landräten gemeinsam dann oder in Koordination zumindest irgendwie organisieren müssen, was da abläuft. Und dass die Kommunen wirklich überfordert sind, das sollte doch mittlerweile wirklich auch dem Letzten aufgefallen sein. Aber hier geht das Ganze weiter. Ja, und lasst mich wieder dreimal raten, dürft ihr dann in den Kommentaren, lasst mich da meine Prognose abgeben. In den Bundesländern, wo beispielsweise die Grünen regieren, da ist das natürlich ganz klar, dass sehr, sehr viel Bargeld fließen wird und nur ein geringerer Teil auf der Karte sein wird. Davon gehe ich ganz klar aus. Aber alles andere wäre ja auch intolerant, das müssen wir ja natürlich dazu sagen. Aber man sieht doch schön, wie es auf einmal funktioniert, wenn offensichtlich die Bürger sich anders orientieren und einer Partei zugehörig fühlen, die nämlich eben genau sowas seit mehreren Jahren schon fordert. Die sich gegen die aktuelle Politik einfach ausspricht. Und jetzt wird so ein Ball hier einfach mal kurz aufgenommen. Das ist schon ganz interessant zu sehen. Ich halte euch natürlich über die Situation im Laufenden, bin gespannt, was da passieren wird, weil wenn es hier heißt, im Ende Januar, dass das Ganze im Sommer kommt, der Sommer, gut, wettertechnisch nicht, aber kalenderisch ist der Sommer in Deutschland auch relativ lang. Das könnte ja noch mehrere Monate dann dauern, auch über den Sommer hinweg. Kommt das vor der Sommerpause im Bundestag oder eher danach? Ich tippe mal eher auf danach, denn dann sind wir auch näher im Herbst, im September bei den Wahlen. Und was meint ihr, wie dieses Thema dann im Positiven für sich ausgeschlachtet wird bei den Wahlveranstaltungen? Ja, wir haben ja die Bezahlkarte eingeführt. Ihr seht ja, wir machen das ja. Ihr könnt uns vertrauen. Gebt uns wieder für fünf Jahre eure Stimme. Und geht bloß nicht zu den bösen Rechten. Wir werden das hören. Ich halte euch darüber im Laufenden. Jetzt den Kanal abonnieren, wenn ihr neu seid. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.